heute kommen wir zu diesem kleinen netten gerät einem sogenannten 8 ports netzwerk switch von nick giga hallo und herzlich willkommen und schön dass hier auf meinem technik kanal eingecheckt hat zum neuen video und sollte euch technik interessieren dann lasst doch bitte ein abo dafür den kleinen kanal ja den habe ich zum testen bekommen ich dachte mal interessant du hast zwar 2,15 g netz und wifi 6 das können wir nachher noch mal im video sehen weil wifi 6 ist eine light switch ganz klar wenn das netzwerk gut ausgebaut ist und das ist es hier aber das heißt nicht dass der unbedingt dass er jetzt schlecht ist er hat ein so genanntes metall gehäuse ist lüfterlos ein paar schlitzer das gucken wir noch kurz im unboxing an wir haben eine wandmontage möglichkeit bisschen kurzes kabel aber okay und wir haben hier oben kontrollrecht noch mal drauf da wird das gucken wir uns gleich noch mal näher im unboxing auch wenn er 5 volt dc anschluss keinen ein und aus schalter und den würde ich heute gerne mal mit euch checken weil ich fand für knapp 27 28 euro ist das recht günstig und die geschwindigkeit passt auch kann ich vorab schon sagen habe einige tests gemacht und zwar einmal im netzwerk hinter gruppiert und natürlich dann den sogenannten ultimativen internet check das heißt speedtest und dann will ich jetzt auch nicht lange quatschen wir testen das ganze auf unserem kleinen mini hp laptop und dann geht es jetzt ab zum 1000 mbit netzwerk switch check viel spaß beim video so wir haben das ganze jetzt hier schön eingepackt sieht schon mal neckig aus mal gucken was drin ist wir haben eine anleitung so viel ist ja in diesen dinger nicht mehr drin und den werden wir uns jetzt mal auspacken hier ich fand den jetzt wirklich extrem günstig und ich bin begeistert wir haben sogar eine aufnahme für die landmontage was nicht abgebrochen eben dabei wie sieht es aus 12345678 frontaufnahme für den netzteil und power ww also das heißt hier wir haben hier in der power anzeige und für jeden einzelnen port eine anzeige was nicht jeder hat so meistens ist das dann hier dritte versteckt er kann die wärmeableitung hier an den light an den seiten machen das finde ich gar nicht mehr das ist mit das ist wirklich mit teilgehäuse muss ich ehrlich sagen ich hätte ich jetzt nicht gedacht ich werde jetzt eher auf kunststoff getippt das heißt ich glaube den schmeiße ich raus da schmeiße ich hinten mein kunststoff nehme ich raus und macht den ran da für kamera und sowas der kann 8 10 100 und 1000 mbit internet switch modell wenn ich das noch richtig lesen gs 0800 futures 8 10 1000 port also 8 port die können 10 100 1000 das übliche ja das ist so das gerät im ganzen das haben wir jetzt mal an was steht was liefert uns ach so ja so ein paar füßchen wären vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wegen verrutschen was haben wir denn anschluss wir haben eine deutsche anleitung das ist ja unglaublich anschließend ich meine es eigentlich selbstverständlich aber ich finde es gut dass hier wenigstens meine anleitung in deutsch da sind noch mal ein paar daten dran fc fcc 15 part für nummer die daten die erkannt erkannt k3 k4 k5 oder höher also das geht bis 10 mbit 100 mbit soll da schon cat5 haben und über 1000 mbit natürlich über den cat5 kabel pwr on das heißt die power ist an aus und ja das ist so im groben das ganze was wir hier haben wir werden jetzt mal ein laptop anschließend ich hoffe mein laptop ist voll und machen mal speed test dran ob das ganze funktioniert das wird normalerweise habe ich hier 10 1 also 10 gigabit netz und 2,5 aber da hinten in der ecke macht er sich vielleicht ganz gut oder mal als reserve mal schauen wir mal was was ich da noch mit treibe oder als normaler für fernseher oder weiß der kuh was kann man den auch gerne nutzen oder vielleicht kommt sein scharf zu machen wir schauen uns aber jetzt mal ein bisschen die leistung an was er denken kann er wird jetzt keine 1100 das zeige ich euch kurz auf dem bildschirm weil normalerweise habe ich hier 1100 es geht aber mit einem 10 100 10 100 1000 auf jeden fall nicht wir werden unter 1000 bleiben gehe ich mal von aus na gut dann lasst uns den mal checken so als erstes verbinden wir die natürlich mit strom mal gucken was er sonst so wir kriegen der power anzeige es ging einmal voll flott los und dann gehen wir auf dem ersten port mal internet drauf auch angezeigt jetzt ruhig mal auf das laptop und dann machen wir mal speed test bin ich ja gespannt so in der ersten phase 1600 ping hier auf dem hp laptop 930 72 54 mit upload wir bleiben also doch leicht unter 1000 das ist halt eben den zweck dass sie das nicht kann die 10.000 mbit genetzwerkkarte wird immer unter 1000 wenn ich das bei 10 gigabit anwendung mache dann komme ich auch auf 1150 nur mal so am ende wir machen mal eine zweite messung und wir dürfen nicht vergessen das ist ein laptop das ist nicht so ganz schnell das ist im wlan schneller weil das eine wifi 6 karte habe die zeige ich euch noch mal irgendwann wir wechseln auch noch mal den server also wenn wir jetzt hier rüber gucken jetzt kann ich dass ich das kabel ist relativ früh erst angeschlossen wo wir jetzt noch mal misst da ist es okay wir haben ja wir reden hier über einen kürzigen switch und fast die volle leistung also upload ist gut wir wechseln den server noch mal und suchen uns mal so einen der viele meilen hat nehmen wir mal die deutsche kabel unten ping bleibt gleich das ist wirklich serverbedingt möchte ich nochmal extra dazu sagen darf man nicht vergessen so jetzt schnappen wir uns mal so 10 gb die wir hier im netzwerk rüber kopieren da ist das ergebnis natürlich schlechter ganz einfach das hat den sinn dass das der telekom ein bisschen überlastet ist gut wir haben uns jetzt mal 10 gb das wird jetzt ein bisschen dauern vom nr s einfach mal auf desktop kopieren und einfügen und einfügen willst du hier nicht einfügen möchtest du hier nicht einfügen ok weitere option einfügen so dass wir uns mal die details anziehen ja normale netzwerk geschwindigkeit mit 113 im bit ist das völlig normal bei 10 gb mehr als 112 bei einer 10 gb kann er einfach nicht das sollte uns bewusst sein so ich lasse das mal durchlaufen dann kopieren wir mal wieder zurück dann kriegen wir wahrscheinlich die gleiche geschwindigkeit also der nr s ist mit einer 10 gb an karte angebunden das geht eigentlich normalerweise schneller aber nicht auf einer anderen 10 gb netzwerk karte und switch schon mal gar nicht also völlig normal so das gleiche machen wir jetzt wieder schön zurück können da wieder hin und 112 bitte 13 aber kontinuierlich ohne abbruch das dürfen wir auch nicht vergessen sind 10 gb also das ist in ordnung da gibt es nichts dran zum maul der arbeitet auch und wenn wir jetzt rüber gucken hier sehen wir auch dass er arbeitet werden wir kopieren ist alles ein bisschen eng hier aber ich will euch das nur demonstrieren ja gut dann lassen wir ihn mal weiter kopieren zurück und schönes teil das ich will euch nochmal demonstrieren netzwerk habe es gezogen gerätes raus für den noch mal zur seite und das ist mit der wifi 6 nochmal als gegenzug dachte ich zeige ich euch das nochmal live was so eine wifi 6 im wlan leistet oder was die geräte überhaupt bei uns können gleiche netzwerk studenten net 20 und und was vom wifi 6 nennen brauche ich nicht jetzt meinen redner anschmeißen der macht auch um die 1100 ein paar zack quetschen ist ungefähr gleich das ist wlan wlan wifi 6 sage ich da nur schon genial das laptop ist umgebaut das zeige ich euch noch mal den umbau demnächst hammer so aber jetzt kommen wir zu meinem entweder wie gesagt das ist das wenn man nach oben keine grenzen entweder eine 2,5 g karte drin hat oder wifi 6 nutzt wie wir das können gut dann geht es zum entweder jetzt ja sind wir zurück was soll ich von so einem teil sagen wir haben das ist kein nett hier ist es keine marke wir sind hier bei 27 glaube ich knapp 27 euro dafür leistet der gute wir haben mit teilgehäuse hier ich kann hier noch mal weg nehmen jetzt hier acht port aber nicht vergessen schon haben als lüfter los lässt sich anbringen gut dem einen und anderen wird das jetzt wieder stinken dass das hier oben drauf ist aber andererseits wenn wir ihn so an der wand montage haben können wir hier oben beobachten ist alles eingeschaltet die dinger wenn ich das denn manchmal so in den rezessionen lese hier kann man wirklich ein und ausschalten ja dann sorry da muss man ein paar ein bisschen mehr ausgeben das kann man bei einem 100 euro gerät aber nicht hier verlangen und oder nach fragwürdiges netzteil oder was man da sonst so alles liest da frage ich mich dann immer was erwarten wartet jemand von einem 27 euro netzwerke die normalen bei nett hier und so die sind dann auf kunststoff da man nicht vergessen oder die fünf port sind dann schon aus montag ich würde sagen fünf sterne verarbeitung ist gut leistet genug günstiger netzwerk switch bandmontage möglich netzteil fragwürdig kurz naja soll ich deswegen ein stern abziehen weil es netzteil ein bisschen kurz ist ja könnte man machen weiß ich aber nicht vier bis fünf es ist wirklich kurz also da könnte man jetzt sagen wirklich einen stern abziehen fragwürdig weiß ich nicht wenn das eine ce kennzeichnung hat dann muss ich immer sagen ja die kennzeichnung c kennzeichnung c kennzeichnung mangenhaft naja vier bis fünf aber wenn man sich das jetzt so vorstellt den switch verballert den in der nähe einer steckdose so an die wand ist okay also leistung wie gesagt wir haben gesehen nur noch mal um da auf unser bei fall 6 netzwerk zurecht zu kommen ihr seht das ist hammer wie auch zwei wir haben eigentlich 2,5 und 10 g eingehen können wir auch das nutzen nutzt man dann für andere geräte fernseher oder so die das nicht können kann man sich kaufen ich werde den irgendwie mal vielleicht kann ich das mal zur seite ich weiß noch nicht genau wo ich ihn einsetze das muss ich mir noch überlegen vielleicht lasse ich ihn auch mal zur reserve liegen kann man immer gebrauchen verarbeitung ist wirklich gut ich packe euch den meine video beschreibung mit knapp unter 1000 mbit und 54 mbit bei 1000 mbit leitung also upload 54 download hat er gut gemacht netzwerk geschwindigkeit 112 mbit die sekunde ist auch in ordnung da gibt es nichts dran zu maulen das sind normale geschwindigkeiten die so ein kleiner hub leistet das braucht man auch kein netgear die sind genauso schnell das spreche ich aus erfahrung ja sonst muss man wirklich mehr geld ausgeben wie gesagt packe ich euch in die video beschreiben ich finde finde auf jeden fall das preis leistungsverhältnis stimmt vier bis fünf sternchen also kurz davor kann man so sagen er arbeitet zu gut springt gleich an funktioniert alles wie gesagt ab in die video beschreibung wem es interessieren sollte das ist ein so genannter amazon partner link wäre schön wenn ihr diesen link nutzt euch falls ihr euch den kaufen möchtet und damit kriegt der kanal eine kleine provision und ihr müsst aber auch nicht mehr bezahlen das ist halt so damit supportet ihr natürlich kanal da schon mal danke natürlich könnt ihr einkaufen wo ihr lustig seid aber ich fand den jetzt mal wirklich interessant weil das nicht so ein plastik zeug ist wie man da kriegt lüfter los den müsst ihr auch nicht der ist plug in fug wenn da ich immer so schön anstellen nichts einstellen läuft noch da oben dazu zu sagen die produktmaße wollte er bestimmt noch mal haben der ist 56 x 25 x 40 millimeter also 56 hat er schön klein handlich acht ports ja das war soweit von mir von meiner stelle wenn es euch natürlich interessiert hat und gefallen hat dann nicht zu vergessen abo da lassen immer abo da lassen daumen hoch daumen hoch nicht vergessen daki freut sich dafür danke diese videos am start an die abonnenten bitte nicht die glocke vergessen damit ihr kein video verpasst und ich kann mich an dieser stelle nur verabschieden das hoffe wir sehen uns bald wieder zum nächsten video was natürlich am start ist bis dahin sage ich tschüss bye bye und freue mich auf euch bis zum nächsten technik check macht's gut euer dagegen